Oh, hallo, schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Rotundies Gaming Area. Heute gibt es ein paar Katzenspiele. Wir werden ein paar Katzen suchen. Und ja, wir beginnen mit dem schönen Spiel 100 Asian Cat. Ja, schauen wir doch mal. So, da habt ihr es auch schon. Ich glaube, ich nehme noch mal ganz kurz den Sound. Weil ich erwarte ja noch ein paar Mitspieler. Zum Beispiel einen Bieser. Der sich hier rein verirrt hat. Warte mal, ich muss dir auch noch eine Übertragung geben. Sonst kannst du ja nicht mitraten. Ihr Spiel ist böckels laut. Und da, danke dir, Wolf, für den Raid. Dankeschön. Ah, viel angenehmer. War schon vorhin doch fast. Guten Abend. Guten Abend, Wolf. Guten Abend. So. Alvajs hat gesagt, wir wollen Wölfe... Äh, nee, Wölfe sehen. Nein, wir wollen Katzen suchen. Also suchen wir jetzt Katzen. Alvajs hatte nur gesagt, es gibt bestimmt noch viele Katzenspiele. Worte waren, wir müssen Katzen suchen. Ihr habt das ganz genau verstanden. So. Gebt mir noch eine Sekunde. Gut, äh, Level 1. 100 Katzen haben wir gefragt. Äh, warum kann ich nicht im Spiel bleiben? Wie bewege ich mich hier? Wo ist meine Maus? Oh, Herrgott, ist die klein. Das ist nur dieses Bild. Ich kann mich auch nicht nach oben und nach unten bewegen, wie es aussieht. Na dann. Okay. Ich nehme die da. Wer möchte als nächstes von euch? Dann nehme ich die Katze, die beim Fisch auf dem Dach liegt. Beim Fisch. Links. Auf dem Giebel. Giebel? Auf diesen Zwischengiebel. Wo das Fenster ist. Fenster. Welches? Kurz links. Ja. Das da? Genau. Nein. Nein, noch ein Stück links. Ah, das da. Oh, Herrgott. Ist das weit weg. Ja, dann gib mir die rechts davon. Komm. Die da. Die du gerade angeguckt hast, ja. Oder nehme ich die da drunter. Dann nehme ich die, die um die Ecke geraten. Bei der Fischflosse. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen überlichtet. Durch den. Ah, das ist der Bildschirm. Da kann ich gar nichts gegen machen. Das, wenn ich mich ausmache. Ja, das ist mein Monitor. Mein Monitor macht mich gerade zu hell. Mach doch dein Licht an. Was? Mach doch dein Licht an in der Stube. Könnte allerhöchstens, wenn ich das jetzt anmache. Wenn ich dagegen steuern. Wartet mal kurz. Ich muss mal kurz gucken, wenn ich das heller mache. Dann wird es ja noch schlimmer. Okay. Egal. Wo willst du? Welchen? Bei der Fischflosse. Bei der Katze, wo wir eben waren. Die Katze da um die Ecke guckt. Okay. Dann nehme ich einfach die direkt oben drüber. Dann nehme ich die ja nochmal. Ich nehme die unten drunter. Die unten drunter. Dann nehme ich die oben rechts. Also wenn du jetzt hoch und rechts gehst, da ist in dem Dachbogen eine. Die da. Nein, eigentlich die drunter, aber das ist auch okay. Was? Die drunter? Rechts unten. Ah, ich sehe, wo du meinst. Okay. Ja, aber wie ist das dran? Dann nehme ich die. Was? Ich bin doch nach Bisa dran. Du bist dran. Ich bin dran. Also dann nehme ich die hier. Die meintest du richtig? Ja. Und ich nehme sie weiter rechts unten. Gott. Dann geh doch mal zu dem Fenster unten drunter. Das Fenster unten drunter, hier. Nein, das andere Fenster noch ein so unten drunter. Das Fenster. Ja, dann nehme ich die linke. Die linke. Dann nehme ich die dicke da oben. Ich nehme die, die aus dem Blättern rauslunzt bei deinem Fenster, wo Wolf eben war. Du musst den Blättern rauslunzen. Links. Ach, die da. Genau. Dann weißt du was? Dann nehme ich jetzt die ganz oben. Die fette, wo du nur den Tail siehst. Oben in der Mitte. Die fette, wo man nur den Tail sieht. Die da. Ich bleibe hier bei dem Fenster. Ich nehme die da. Ich nehme die, die unter der, die aus dem Blättern rauslunzt ist. Am Dach. Am Dach. Die 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 zuletzt hatte, senkrecht runter. Nein, die BESA zuletzt hatte. Zuletzt. Ja, der BESA zuletzt. Die da. Die im Baum, ja. Und da ein bisschen runter. Ein bisschen nur. Genau. So, und ich nehme die rechts oben drüber. Die rechts oben. Und du willst die da. Okay. Ey, 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 ey. Was sind eigentlich das für Dinger hier? Das sehe ich nämlich jetzt zwei, drei Mal. Egal. Ähm. Katze, 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 Katze. Ich gucke mich mal jetzt mal hier rum. Ob hier noch irgendwo einer ist. Also ich sehe noch ein paar. Ich will hier auch rumgucken, ob es welche gibt. Ich will mich nach unten arbeiten. Ich nehme die da. Ja, dann. Das stimmt. Ich habe sogar oben eine übersehen, habe ich bemerkt. Dann darfst du die als nächstes nehmen, ey. Ich nehme die unten am Fenster, am zweiten Fenster in der Mitte. Sei das Fenster, Meta, Dida. Genau. Dann gib mir mal die, die Katze rechts. Madi, Madi will, kommt rein und sagt, ganz unten am Dachziegel. Ganz unten links am Dach. Wo ist denn ganz unten links? Muss ja hier sein. Ja. Dida! Ich hoffe, das war deine, Madi. Und moin. Aber ich möchte trotzdem die rechts im Gebüsch. Du bist die rechts im Gebüsch. Auf der Höhe, wo wir waren. Äh, wir waren hier rechts im Gebüsch. Runter? Runter. Dida? Nein, runter. Dida. Ja. Das war nicht meine Arbeit, gut gesehen. Ja, Madi, da musst du hier reinkommen. Ich weiß ja nicht, welche du meinst. Ich nehme die oben, die vom Dach runterguckt. Dida. Ja. Gut. Ich nehme jetzt die, die ich vorhin vergessen hatte, die hier oben. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Ich komme gleich, perfekt. Und wir haben Wolf übersprungen. Ja, dann darf er jetzt zweimal. Ich will einfach die, die am Dachziegel ist. Relativ mittig unter den Fenstern. Unter den Fenstern? Dida. Die sich wälzt. Ich nehme die eine, die... Links, an dem ein Giebel da noch kurz vor der Spitze ist. Dida? Dann nehme ich... Nee, die hat er ja jetzt genommen. Zack. Dann nehme ich die da. Madi? Hi, erst mal. Hi, Madi. Dann rei dich ein. Und grüß dich, Angie. Die hat du da vorhin markiert hattest für mich, aber dann ganz leicht da oben drüber recht. Also du hattest mir ganz unten links. Da unten war eine, ja. Da leicht weiter nach oben rechts. Ah ja, die hier. Ah, die hier. Ja. Ah, gut. Nehme ich. Gut, ich nehme die, die aus dem Fenster da schaut in der Ecke. Die aus dem Fenster schaut ganz... Die da. Ja. Hab ich? Ich will wieder da hin zurück, wo wir vorher waren, über meinem letzten Fenster. Okay, hier. Da hängt ja auch noch eine Katze von der Decke. Okay, dann nimmst du die. Dann, ich nehme die hier hinten. Madi? Ich nehme die von meiner letzten Katze unten links und dann wieder weiter nach oben rechts. Nach oben rechts. Ida? Ja, genau. Okay. Visa? Ich nehme die oben drüber. Du nimmst die oben drüber? Die aus dem Dach raus schaut, genau. Wolf? Dann will ich die ganz rechts. Ganz rechts? Oh, welche? Ein bisschen links und runter. Ein bisschen links und die da. Mhm, genau. Okay, dann nehme ich die drüber. Ich nehme die ganz, ganz links. Okay, wir sind wieder links. Etwas höher, nur etwas höher mit der Maus. Etwas, genau. Ich finde es aber sehr niedlich, dass die alle Namen haben. Ja. Und ich gehe jetzt in die Mitte auf dieser Höhe. Wieso siehst du das? Weil ich deine Achievements sehen kann. Ah, du siehst meine Achievements, die ich jetzt gerade alle mache. Und die haben ja alle Namen. Okay, ja, okay. Okay, okay. Ja. Ich gehe jetzt in die Mitte von den drei Dächern. Ja, Mitte hier. Nein, da wo das mittlere Dach ist. Ah, du willst hier wieder hin? Nein. Von den unteren Dächern das mittlere. Von den unteren das mittlere. Ja, hier. Und da im rechten Fenster. Da im rechten Fenster. Ah, die hier. Dann gib mir die Katze daneben. Du willst die Katze daneben. Kriegst du. So. Ah, ich bin dran. Ich nehme den Hintern, der da oben rausguckt. Also ich nehme da einmal weiter nach rechts. Rechts. Also von den unteren Dächern rechts. Und weiter nach unten. Unten, unten. Nach unten. Etwas weiter nach rechts jetzt noch. Ah ja. Ja, genau. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass die alle Namen haben. Das war jetzt Yuki zum Beispiel. Ja. Hätte man gleich, gleich die Namen immer nennen können, wen wir gefunden haben. Aber, äh, Madi war dran. Bisa. Ich muss mal kurz passen. Aber Albi ist sonst noch da gerade gejoint. Ja. Ah. Ja, dann Albi, gib mir eine Katze. Moment, ich muss erst mal das Fenster öffnen. Sonst sehe ich noch eine. Ich sehe auch noch. Uns fehlen noch 59 Stück. Deswegen, ich habe ein bisschen Angst. Ich sehe, glaube ich, zwei. Ich sehe auf jeden Fall keine 59 mehr. Kann man das scrollen. Kann ich vielleicht mit der Maus? Ah, ich kann, nee, ich kann reinzoomen. Okay. Weil, wenn ich reinzoomen kann, kann ich mich dann seitlich bewegen? Nee, kann ich auch nicht. Ah, warte mal doch. Ah, man muss draufklicken und dann kann man ziehen. Ja, das sind noch ganz viele. Ja, okay, wenn man das ziehen kann, dann ist es in Ordnung. Dann habe ich verstanden. Davor habe ich das mit Maustaste oben und unten versucht. So wie es bei den alten Spielen war. Okay. So, du bist dran. Bist es rechts. Weiter etwas runter. Rechts an der Fenster. Fenster? Das da? Rechts unten das Fenster. Rechts unten neben der Pflanze. Ja, habe ich. Dann ist, 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 dann ist Wieser. Die Katze, die sich dahinter am Dach versteckt, auf der, bei dem Dach. Das da? Nein, höher. Und ein bisschen weiter nach links. Links. Und höher. Ah, jetzt. Wieder. Ja. Okay, Wolf. Dann nehme ich den Hintern, der da unten drunter ist. Den Hintern, der da, der da. Ja. Okay. Boah, gut gesehen. Du nimmst den Bobbus. Ich nehme, ich nehme die, die ich vorhin versehentlich dachte, dass das, dass es Wieser meint. Und ich nehme die weiter nach links. Weiter nach links? Ja, weiter, 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 weiter. Jetzt leicht nach unten. Ah, die. Wo der Bauch rausguckt. Zum Kraulen. Sehr gut. Alweiss. Ja, Quatsch, Alweiss. Albi. Ähm, ist das bei, vielleicht bei der Kante oben die, eine Katze? Das da? Ja. Ja. Warte mal, wie sage ich, ich gebe dir, ich gebe dir mal hier volle Kontrolle, jetzt sind wir ganz unten rechts. Vielleicht hast du dann mehr Ansicht. Ganz unten rechts bei dem einen Fenster. Die willst du auch gleich haben. Na gut. Ja. Dann werde ich links in dem, also in dem da drüber. Links in dem da drüber. Also geh mal mit der Maus hoch. Ja. Und jetzt nach links. Links. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ach da. Und hoch. Hoch. Ja, du zeigst fast drauf. Ach, das da? Ja. Oh, Herrgott, ich war mir nicht sicher, ob das alles ist. Okay. Ja gut, es könnte auch ein Hamster sein, aber das zählt. Ja, ja, ist in Ordnung. Dann nehme ich das hier, wenn die Hamster auch mit zählen, dann nehme ich das hier. Und ich nehme das noch weiter nach unten rechts. Noch weiter nach unten rechts? Ja, da ist gerade ein Archivman vor, jetzt ganz unten rechts. Ganz unten in Ecke. Okay, die nehmen wir. Ich würde dann eben beim Fenster, bei der Kante halt, beim dreieckigen Fenster. Ah, die da. Ja. Okay. Ja. Gut, ich gehe in die mittlere Dachschräge auf der Höhe. Mittlere Dachschräge? Ähm, noch bei der da ein bisschen nach links. Ja. Und dann ein bisschen höher. Ah ja, ich sehe einen halben Kopf. Was? Das war so ein Körper dabei. Ähm, dann, wenn Bisa schon so eins nimmt, dann mache ich das auch. Das habe ich nämlich schon vor einer Weile gesehen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ganz oben links an der Dachschräge. Ganz oben links? Mhm. Ich gehe mal mit der Maus nach ganz oben links. Ja, da. Oh ja. Ja. Okay. Ja, ihr habt ein geschultes Auge, ich sehe die. Aber ich fange von unten an. Ich nehme die da. Ich nehme ganz rechts und dann etwas höher noch. Ganz rechts und etwas höher. Ja, jetzt etwas rechts wieder. Wieder? Ja. Hi. Wer hallo denn? Wer ist denn noch gekommen? Alba Is. Ah, Alba Is. Dann reihe ich dich ein. Dann reihe ich dich ein. Wo reihe ich mich denn ein? Jetzt. Jetzt. Also Matti war jetzt, also bis dann nach Matti immer. Eigentlich Albi oder nicht, aber... Ja, aber wir müssen ja irgendwo Alba Is einordnen. Ja, ich sag ja nur. Deswegen. Entschuldigung, dass ich euch trenne. Ähm, mein Vorschlag wäre, wie wir hier im Discord hocken. Das, äh, das sehe ich nicht. Okay, Entschuldigung. Nee, ich hätte schon gesagt, alles gut. Also wir, wir können es gerne so machen, aber ich sehe es halt nicht. Dann müsst ihr mir die Reihenfolge sagen. Ähm, du, ich, Alba Is, Alphabetisch eben. Äh, du fängst an. Aber warum fange ich an? Ich bin doch mit H. Ja, weil du bist live. Dein Stream und deine Runde, deine Gruppe. Na gut, dann starten wir jetzt einmal einen frischen Durchgang, dann nehme ich den Bobos hier. So. Ähm, Moment. Und, ah, äh, äh, ganz links bei der Dachkante. War es eine Dachkante? Oder welche? Äh, wieder? Ja, ganz komplett, äh, links. Also hier. Weiter. Noch weiter. Ja. Ähm, Entschuldigung. Ähm, weiter. Ich, äh, ich meine bei der Pflanze, wo eben normalerweise die Regenrinne ist. Ah, da oben. Wieder. Ähm. Ich weiß nicht, wo er meint. Wo? Ich hab deine Maus verloren. Ich bin unten links. Ganz unten links. Ähm, hoch. Hoch. Hoch? Ja. Hoch, da müsstest du zwei Beine sehen beim Kringel. Ja, da wo du eben warst. Ah, also doch die hier. Ja. Okay. Gut. Dann. Dann halbeis. Dann hätte ich die gern unten mittig, die hinter der Wand von dem kleinen Häuschen vorguckt. Unten? Wo du den Kopf und die Beine siehst. Von dir rechts runter von der Maus. Rechts runter. Die da? Rechts, 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 gerade. Genau die. Gut. Rechts. Ich nehme die, die aus dem Fenster schaut. Danke. Das ist genau die Information, wie die auf dem Dach. Welches Fenster? Da, wo du mit der Maus gerade in der Nähe bist. Also das Dreieckige da oben. Ja. Hätte ja auch ein Grades sein können. Und du kannst jetzt gerade nach unten gehen, relativ, und das andere Kätzchen im Fenster nehmen. Das habe ich nämlich gedacht, dass er meint. Ach so. Das ist im Fenster. Hm, gut. Dann gehe für mich mal ein ganzes Stück hoch und links. Ein ganzes Stück hoch und links. So weit? Ein Stück wieder runter. Ja, noch ein Stück. Die Katze da. Oh, okay. War ja schon fast drauf. Dann nehme ich die da unten. So. Okay. Ähm. Ganz nach rechts? Rechts? Ich bin jetzt auf der gelben Popo Katze. Damit du meine Maus wändest. Äh. Popo Katze. Rechtsmitte. Ich habe sie wieder verloren. Ähm. Wenn du von ganz rechts unten gerade hoch gehst. Ja. Wo eben das eine Dach aufhört. Halt vom mittleren. Ja. Also hier. Ja, genau. Willst du die hier? Den Kopf? Ja. Kriegst du? Und ich hätte gerne den Katzenhinter links da drunter. Du kriegst auch eine Popo Katze. Eine Popo Katze. Die heißt Sakura. Und das finde ich schön. Ach, das wusstest du. Nein, aber das stand da gerade. Ich weiß. Ähm. Ja. Nächster bitte. Okay. Äh. Ich nehme ganz unten. Relativ in der Mitte. Bei dem einen Fenster. Nieder. Genau. Bekommen sie. So. Ich gehe einmal nach ganz. Oder relativ weit oben nochmal. Geh mal höher mit der Maus. Und jetzt weiter nach Stopp. Weiter nach rechts. Nach rechts. Ah, zurück. Etwas zurück. Etwas zurück. Den Bobos. No, no, Bobo Katze. Toll. Der ist nur Bobo Katzen. Entschi. Alter, wie hat man das als Katze erkannt? Weil da ein Tail ist. Am Schwanz, genau. Ja, Alter. Wir sind geübt. Ja, das merkt man. Wir mussten sogar Kaffeetassen finden. Oh, das war grauenhaft. Ich hasse dich, Grafen. Davon habe ich noch Albträume. Zu Recht. Ähm. Tu mir mal einen Gefallen-Hutz. Wir haben ganz oben, glaube ich, nie gesucht. Kannst du mal nach ganz oben gehen? Nein. Wir sind noch in dem Bereich und ich sehe noch Katzen. Gut, okay. Katzen. Also ich sehe... Leid, dass ich ganz oben abhaken will. Sehr gut. Wir fangen jetzt mal ganz unten an. Ja, von mir aus können wir auch ganz unten weitermachen. Dann bringen wir... Nee, jetzt sind wir nach oben gegangen. Ja, dann nimm die links von deiner Maus. Die links von meiner Maus, Dieter. Dieter, nicht die andere. Ich nehme die, weil ich unten gefunden habe noch. Da oben liegt noch einer. Ähm. Ja, die hätte ich auch. So, ich glaube, einer hatte ich noch gesehen, aber ich muss jetzt erst wieder finden. Aber ich kann mich ihren... Nee, einer ist noch da. Einer ist noch da, aber die ist garstig versteckt. Also wir können auch nach oben gehen. Ja. Wenn du sie siehst, klick sie doch an. Nein. Die hole ich mir dann später. Okay. So. Da sind wir hier oben. Wer war dran? Ich. Albi. Na, na, na. Lumi. Albträume geht es wieder um die Tassen. Ja, Lumi, es ging um die Tassen. Bei dem Fenster ganz oben beim Dach muss zusammen für die Tassen führt bei, äh, beim Fenster, wo die Pflanze drin ist. Ja, links oder rechts? Links. Halt. Weil in beiden Fenstern ist eine Pflanze und in beiden Fenstern ist eine Katze. Ja, genau. Dann nehme ich die auf der rechten Seite, wo man nur das Schwänzchen sieht. Und ein bisschen vom Rücken. Und ein bisschen vom Kopf. Ja, gut, den Kopf habe ich so nicht interpretiert. Und ich nehme die Katze, die Wolf eben nicht machen wollte, nämlich rechts von der Maus. Was? So, mit dem Baum rechts, genau. Kriegst du Angie wie am Giebel. Angie möchte auch einen, die möchte in den Bäumen links wie rechts. Ja, das ist uns bewusst. Es geht darum, dass man immer einen nehmen darf. Wenn du mir genau sagst, welche du haben willst, kriegst du die. So. Ähm, ja, welche möchtest du? Die Katze oben am Giebel. Ganz oben. Ja, genau. Ja. Gut. Ihr wollt den Hintern rechts unten. Den Hintern rechts unten. Also, kommt deiner Maus aus rechts unten. Am darin dran. Äh, rechts. Ja. Okay. Ich nehme jetzt die, die ich gefunden hatte. Wo ich hoffe, dass es eine ist. Und zwar hier. Ja, Gott. Gut, kann man sehen. Und ich sehe noch einer. Und ich sehe noch zwei. Ja, aus dem Winkel sieht man auch mehr. Ähm, ja. Ähm, ich nehme ganz links. Du hast recht, die sieht man nur wegen dem Ding. Ja, du warst nämlich zu weit rechts. Ja, du hast absolut recht. Rechte, die unten am Baum willst du, die da. Ja. Bei mir hängt der Stream über Discord etwas. Jetzt von der Katze aus einfach mal gerade nach oben bis kurz unter dem Baumstamm, der da links anfängt. Der da oder der da? Nein, die da drüber. Ja, die da drüber. Genau die. Gut. Toshiro ist schön. Dann nehme ich die weiter oben links. Weiter oben links am Dach. Links, die da? Okay. Und ich nehme die da drunter, zwei Katzen. Zwei Katzen drunter, also die da. Ja, also die da, ja genau. Okay. Die festmähte Katze. Ja. Die Armung. Gehst du wieder hoch? Nein. In meinem Baum war noch eine Katze. Dann kann nämlich Ainge noch. Links oben im Baum, unter der Wolke meine ich. Links unten im Baum, unter der Wolke. Äh, Wolke im Baum. Die da. Denke ich mal. Hm? So. Ähm. So, Wolf, du wolltest hier im Baum noch was. In dem anderen Seiten. Ja, ganz oben. Die da. Ja. Den König der Welten. Sehr schön. Ich gehe wieder runter. Ich will unten arbeiten. Ähm. Ich muss noch mal kurz gucken, ob da noch irgendetwas ist. Ich glaube, nämlich da war dann doch keine mehr. Dann habe ich nur noch die hier unten. Ich weiß noch nicht mal, wo du gerade geklickt hast. Ganz da unten. Die da. Ach, die. Ja. Gut. Ich hätte gerne, die Katze ganz rechts oben auf dem Baum, ganz oben. Ganz rechts, ganz oben auf dem Baum. Äh, da gibt's nicht höheres. Da ist der, die ganz oben hat der Wolf. Gibt aber noch eine andere Katze auf dem Baum. Ja, aber nicht so hoch. Die ganz oben ist die. Höher geht nicht. Okay, dann die links, wo er den Puppes zeigt, im Baum. Im Baum? Nimm da. Ja. Kriegst du. Die Popo-Katze. Ja. Gut. Dann hätte ich gerne die Katze oben auf dem linken Fisch, ganz oben auf dem Dach. Oh. Oh, die da. Ja, die da. Okay, kriegst du. Dann nehme ich rechts im Baum die eine Katze noch. Ja, die eine da. Da sind zwei. Welche? Okay. Ich seh sogar nicht. Dann geh rechts. Nach rechts, 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 rechts. Unter. Unter. Rechts. Die, Herr, möchte. Gut. Gehen wir weiter nach unten. Ja. Und dann jetzt etwas nach rechts. Nach rechts. Und nach unten. Unten. Und nach rechts. Nach rechts. Kriegst du. Und Lumi. Ich will den Hintern oben drüber. Du willst den Hintern oben drüber. Die da. Ist unter dem Schnörchel, was, Schnörchel links einer. Welcher Schnörchel? Und was vom Schnörchel redet sie? Wir haben viele Schnörchel. Ihr Schnörchelt alles. Solange es nicht schnachselt und noch viel mehr Katzen werden, während wir hier. Egal. Wolf hat einen Hintern genommen. Dann nehme ich die am anderen Fisch. Pflanze. Aber die war für Alva. Hier gibt es aber auch ganz viele Pflanzen. Bin mir nicht sicher, warum das jetzt meine Popokatze noch war, aber ist okay. Ja, weil du den einen Fisch genommen hast. Ach so. Fischi, 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 Fischi. Dann würde ich gerne die Katze neben ganz rechts, die wo mit ihrem Bauch ist in den Blättern. Rechts unter der Dachecke, meint er. Jene welche hier? Rechts in den Blättern oben, wo ihr Bäuchlein. Ich denke mal, dass es die ist. Dann hätte ich jetzt gerne den Popo von der Katze da drunter an den Baumstamm. Kriegst du? Die nächste Popokatze hier. Noch mehr Popokatzen. Rico. Ricola. Visa? Oh, Entschuldigung. Wer ist da in Visa noch da? Rechts unten oder Mitte unten? Ach, da. Etwas weiter unten, die im Baum. Kriegst du? Oh nein, hat es nur noch. Oben links im Bild. Oben links im Bild. Genau, etwas runter. Ja. Und weiter rechts. Ja, die da. Ja, genau. Kriegst du? Dann machen wir mal rechts ein bisschen fertig. Geh mal mit der Maus komplett nach rechts. Also nicht komplett, sondern bis Dachkante. Dachkante. Dachkante hochfahren, bis du eine Katze erreichst. Dachkante hochfahren, ja. Hab ich. Ich nehm die hier. So, Albi. Albi. Die, wo bei der Dachkante hängt, mit dem Kopf links in den Blättern. Nein, ganz links. Dachkante links in den Blättern. Rechts oben. Ja. 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 Wo ungefähr rechts. Wieder? Ja. In den Blättern eben. Bei mir hängt der Diskut das Dream etwas hinterher. Mein Problem. Alles gut. Dann hätte ich gerne die Katze, die in der Mitte vom Dach sitzt, an dem Dachsparren. Oben. Ja. Ganz kurz unter dem... Ja, genau. Kriegst du. Gut, dann nehme ich die Katze, die kopfüber aus dem Giebel hängt. Kopfüber aus dem Giebel kriegst du. Ich nehm die links davon. Du linkst die links daneben. Verdammt, die wollte ich auch. Sorry. Jetzt sind auch nur noch zwei da. Jetzt wird es schwierig. Ja. Das ist das Problem. Das Schlimme ist, ich habe die letzte. Und ich hoffe, du hast nicht meine. Das kommt darauf an. Derzeit sehe ich es noch nicht. Kannst du ein bisschen links rechts machen? Ich kann ein bisschen links rechts machen. Also, welche Richtung möchtest du? Möchtest du nach rechts oder nach links? Dann nach links. Ah, okay. Dann nehme ich da unten links. Eine von den beiden. Ja, dann nehmen wir doch die zwei und dann haben wir das abgeschlossen. Wuhu. Wuhu. Wuhu.